Jetzt bauen wir die Anhängerkupplung noch dran. Die liegt hier schon auf dem Boden und um die Anhängerkupplung jetzt dran zu montieren, müssen wir erstmal hier die Heckschürze abnehmen. Dazu sind hier in den Radkästen, man sieht ja hier so ein bisschen, ein paar Schrauben, die müssen raus. Dann hat der hier und da noch zwei Schrauben, ebenso auf der anderen Seite und dann noch hier in den Radkästen sind auch noch mal ein paar Schrauben, die müssen raus und dann ist hier von unten nochmal eine Schraube da vorne und wenn diese Schrauben alle raus sind, dann kann man die Heckschürze abziehen. So und das machen wir jetzt erstmal und dann zeige ich euch, wie die Kupplung hier am Fahrzeug dran kommt. Alle Schrauben habe ich jetzt ab, die Stoßstange kann man dann einfach ein bisschen nach hinten ziehen und dann hängt die jetzt hier in der Luft, weil die Anschlüsse zum Betanken der Gasanlage hier an der Seite, die wollte ich jetzt nicht los machen und das Kabel von der Anhängerkupplung, was hier mal verlegt worden ist, hält jetzt so ein bisschen in der Luft. Sieht zwar unschön aus, aber der Einfachheit halber habe ich das jetzt mal nur hier so runter hängen lassen und die Anhängerkupplung, die habe ich hier auch wieder von dem bekannten Hersteller Autohack mir besorgt. Komplettes Einbauset mit allen Schrauben, die wird jetzt einfach hier in diese Löcher quasi reingeschoben und dann wird die von unten festgeschraubt. Hier sind jetzt zwei lange und zwei kurze Schrauben. Die beiden kurzen Schrauben kommen jetzt quasi hier in diese Löcher rein und die beiden langen kommen dann in das andere Loch hier hinten rein. Hier bei dieser Version kann man die Schrauben jetzt komplett festziehen, weil hier im Rahmen schon Gewindehülsen drin sind. Wenn der Wagen die Gewindehülsen nicht hat, dann muss man halt von unten noch mit den Muttern, die hier über sind, das ganze gegenziehen. Die Schrauben hier zieht er erstmal nur handfest an. Die werden zum Schluss noch mit dem Drehmomentschlüssel auf das korrekte Drehmoment angezogen. Das korrekte Drehmoment finden wir hier in der Anleitung unten in so einer kleinen Tabelle. Da ist hier für die M10 Schrauben 50 Newtonmeter angegeben. Das stellen wir jetzt quasi noch ein und dann ist die Anhängerkupplung quasi am Fahrzeug schon fest montiert. Drehmoment habe ich eingestellt. Jetzt zieht man den so lange bis der Klick macht. Das war es auch schon. Das machen wir jetzt bei allen vier Schrauben und man sollte dabei betachten, dass man den so nach 1000 Kilometern die Schrauben noch mal nachzieht. Das setzt sich alles ein bisschen oder man macht mal Anhänger dran, fährt mal eine Runde und zieht die Schrauben im Nachgang noch mal zur Kontrolle nach. Das muss genau stimmen, damit die Belastungsgrenze der Schrauben nicht überschritten wird. Was den mechanischen Einbau der Anhängerkupplung angeht, sind wir jetzt hier erstmal fertig. Heckschürze wieder drauf, Schrauben anziehen, dann von unten noch den Kugelkopf dran und dann sind wir im Prinzip schon mit dem Einbau der Anhängerkupplung hier fertig. Die Schrauben für den Kugelkopf hier unten zieht ihr dann laut Tabelle mit 87 Newtonmeter an und hier sieht man dann schon die Feder von dem Halter für die Steckdose. Die ist hier ein bisschen drehbar angebracht, sodass man sie hochklappen kann und dass die nicht hier hinten raus steht. Anhängerkupplung ist dran.